Wird wieder Albtraum? Oder? Scheint so? Geht er weg. Nur geht weg. Ja, let's go! Ich hab eigentlich so viele Sternfragmente. Oder hab ich die alle im Lager? Was erinnert sich die alle im Lager ab, weil eigentlich... Ich hab ja keinen Fall. Ach, bitte. Das wird halt aber gut. Was ist keiner von mir? Ach komm, vier gegen einen. Ah, you're killing. Wenn die dann noch eine zweite Phase haben, ey, dann... ...ge ich in die Ecke. Schöner Thumbnail. Danke, 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 danke. Ja. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Aaaaaaah. It's been a while since I put anyone six feet under. Au. Wie so kleine Weiderwisch. ... ... Oh no! Knock him out, bro! Aua. 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 Kann aber aufhören, mich zu danken. Aua. 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 I'm gonna get extra points to fight fair. Survival, win. Aua. Aua. Reicht doch wieder. Reicht doch wieder. Aua, Aua, hallo. Hallo, darfst du auch aufstehen. Komm, Lippe. Komm, Lippe. Das ist eine Bruderschaft des Schwarzen Kranichs. Oh mein Gott. Okay. Diese Puppe ist verrückt. Ja. Ihr wolltet unbedingt Stress. Also hab ich ihn getötet. Hm. Pitch Plates. Ich werd dich auch umbringen und deine Schwester und der Bruder. Ja. Ich werd euch ausweiten. So weit. Eliminated. Frachtvolle Ergobrocken. Verhöhnen. Ich werd euch so weit ausblicken lassen, dass nichts mehr von euch übrig bleibt. Ich hab aber auch nur so lange durchgehalten, weil mein Geist einfach mal alles gerockt hat. So. Wir gehen aber einmal ins. Äh. Nach Grat. Gott. Weil wir haben echt viele Points. Äh. 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 Ich halt echt wohl her ich diese Legionsstecker kriegen soll, ne? Die Katze hab ich auch schon immer fertig gesehen. Ich weiß nicht mehr. Sichel, Mondstein. Ich glaub wir haben noch einen im... Ja. Mhm. 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 wir haben keinen fehlt einer ausdauer wieder herstellungsgeschwindigkeit das eigentlich praktisch uns fehlen sich im mond hier vorne kaufen Das ist ein scheiß Mond. Okay, warte, warte, warte. Äh... Ausdauerwiederherstellung ist schon... Ich gehe mal davon aus, dass es doch nicht weitergeht. Aber war doch ein schnellerer Fall, als erwartet. Aber die gingen mir echt auf den Sack. Ich dachte, ich werde verrenkt. Ich dachte, die kriegen auch nochmal so Boss-Fight. Wisst ihr, was ich meine? Vier Bosse. Das wäre schon mies gewesen. Ich glaube, da hätte ich geheult. Ich glaube, da hätte ich aufgehört. Irgendwann ist auch mal Schluss. Äh... Hauptbuch, das Bruderschaft des Schwarzen Kaninchen. Verkauf von 10 Ergos abgeschlossen. Ich mag unseren alten Vermittler, weil er immer Guts hat. Doch wenn er es eilig hat, wird es schwer, der Ergo zu bekommen, was er braucht. Manchmal frage ich mich, ob er das Zeug verschlingt oder so. Wozu brauche er Ergo? Ist er es wirklich nicht? Keine Schmierereine, Maubbuch, Kinder. Die Alchemisten bitten um mehr Goldmünzenbrüchte. Da sie nicht leicht zu bekommen sind, könnte das ein Problem werden. Ich glaube, die Leute vom Hotel merken langsam, was hier los ist. Können sie gewaltsam bekämpfen, aber es ist nur die letzte Option. Die Sicherheit unserer Geschwister geht vor. Oh, wir Röhrenbruder. Halt die Klappe. Ergo, fünf Ergo. Bald muss ich keine Leichen mehr verkaufen. Noch ein bisschen und ich habe genug, um aus dieser verbuchten Stadt zu entkommen. Angebot der Alchemisten ist verlockend, aber ich habe kaum noch Ergo und bin mir nicht sicher. Denkt über eine Situation in den kahlen Sumpfen. Besorgt mir neue Teile, wenn ihr die Stadt verlasst. Ein Kleid für mich, ein Gewehr und eine Waffe für mich. Das ist nicht Tagebuchdumpfbacken. Trotzdem werde ich euch mal umbringen. Da hilft auch nicht sowas. Okay, hier geht's hoch. Merken wir uns. Fahrstuhl. Das ist echt so, ne? Es sieht genau wie du. Ich meine, du siehst es, richtig? Mit dem Nose und dem... Genau? Porträt eines Jungen. Könnten wir echt sein, ne? Wir haben ja die Klamotten. Warte, wir können uns doch wieder umziehen. Hier. Eins zu eins, dieselben Klamotten. Wird uns Dead geschenkt. Meines Wissens, glaube ich. Also, ja. Ehrlich. Der Trend des Monats Stalkermasten. Der Trend des Monats Stalkermasten. Warum haben die Stalker angefangen, Tiermasken zu tragen? Dort Stadthistoriker war es im alten Grad üblich, Tiermasken zu tragen. Es war eins der Rituale, um sein Leben zu offenbaren, wenn man gegen die legendären Felsen-Titan kämpfte. Habt ihr glaubt oder nicht? Dieser Kind ist eine Inspiration für die Stalker von heute. Nicht nur zu hoher Verteidigung und für die Mode, sondern auch im eigenen Rang, um die entsprechenden Fähigkeiten zu zeigen. Die Verbindung zwischen dem Rang und der Tiermaske ist nicht klar. Aber meist wählen sie stärkeren, ihre Bevölkerung zu tun, als du zuerst. Es gibt viele sogar Neulingen, die gezwungen werden, alberne Masken zu tragen, die von ihren Vorgesetzten ausgesucht wurden. Wie wäre es, wenn du diese unruhige Zier ein Versteinerungskrankheit deines Geistes mit einer eh geladenen Stalkermaske auffrischt? Such dir ein Seelentier deiner Wahl aus. Verschiedene modische Stalkermasken hatten auf dich. Dieser Gegenstand erteilt eine von den Wett- statt patentierte Sporenfiltern zum Schutz gegen den Versteinerungskrankheiten. Hey Bruder, das Hauptquartier ist erledigt. Wie wäre es also mit einem schwarzen Leopardenmaske? Die Werkstatt ist auch erledigt. Warum sollten sie so etwas herstellen? Also wir haben eine Maus und wir haben einen Esel. Weiß ich auch nicht. Oh, das steht wieder hier. You have no idea how happy I am to see you, Mr. Stalker. Hello. It's a relief to see you. I'll get straight to the point. I found the gold coin tree. Who knew it was right beside us? But there's a problem. When I tried to pick the gold coin fruit, it resisted me. I couldn't even get close. It actually burned me. It's probably because I have the petrification disease. P-p-pathetic, yeah. So close yet so far. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. Yeah, good enough. Uh... I heard the alchemists made a device capable of fully utilizing gold coin fruit. I ignored it, assuming it was just a legend. You hear all sorts of wild tales about alchemists. Now that I know gold coin fruit actually exists though, perhaps it's all true. Interact with the St. Tess statue at the Grand Exhibition. You might be able to use the other powers of the gold coin fruit. I might look urbane now, but I used to be a farmer. I'm also interested in growing trees. I heard about a vendor who sells plant alchemy boosters. They might work on this tree too. If you come across such boosters, bring them to the tree. We'll just have a tree to grow. We'll take them here. Stalker! Okay. Man up arm. Hi. Ein wunderbares Wesen. Ich erleuchte mich mit einer heiligen Kraft. Ganz bestimmte Zeitfrüchte vom Goldmüll zum Vermeerten, die kann an verschiedenen Orten verwendet werden. Wir verwenden Booster, um das Wachstum zu beschleunigen. Gott ähnlich mit Ruprojekt, Zauberkräfte und ist damit etwas verwundet, doch es betörend, kein Wund. Ich hab's nicht verstanden. Vor ebenem Leben. Stalker, please. Yes, if you... Stalker, please. If you pick some... Stalker. Please. Dadurch kann ich kaufen. Äh... Das ist, glaube ich, ganz... Was ist hier? Äh... 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 Ich hab so viele gekauft. Ah, Mann, ey. Fruchtreif ist. Oh, Mann. Ah, gut. Ach, nice. Äh... Wo geht's dann weiter gleich? Äh... Ich bin grad lizent irritiert. Ich bin grad lizent irritiert. Ich bin grad lizent irritiert. Ich bin grad lizent. Du bist wieder. Malam District war so schwer wie wir vorgesehen, war es nicht? Aber mit der Black Rabbit Brotherhood aus dem Bildschirm, können wir auf die anderen Seite fokussieren. Und warum nicht die Probleme auf die Grund? Der König der Puppet ist auf Rosa Isabel. Vielleicht der Puppet Frenzier wird am Ende, wenn wir den König der König. Hm. Go to Antonia and get the key to Rosa Isabel Street. I already let her know you'll be coming by. I always remember these favors you've done for me. Though it pains me to send someone so precious into such peril. Checkmate bitte, hallo. This portrait... I remember it fondly. I thought it was lost forever. I had no idea the Black Rabbit Brotherhood had stolen it. To think that you... You have brought it back to me. Forgive a foolish old man his memories. Memories of a happier time, my son. I know just where to hang it in the hotel. Wo denn? Ich kann's das jetzt nicht benutzen. Kann ich eigentlich in Modes benutzen. Kann ich noch nie irgendwie so wirklich herausgefunden. Äh... Okay. So hab ich jetzt ausgesehen... Ähm... Wir haben einen Quarz. Äh... 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 Zufügen. Block kann man jetzt ein bisschen beibehalten. Aus welchen, wenn man am Boden liegt. Oh. 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 Effekt. Ah! Ergwollus nach Tod verringert. Farbe Katalysator... Okay. Okay, yeah. Das hört sich ganz gut an, glaube ich. Das heißt, das nächste Mal kein Panty-Sage. Hollenstraße, den Puttenkönig zu töten. Also dann, bis dann. Auf Wiedersehen.